so da sind wir wieder eigentlich genauso wie beim letzten mal gleiche lobby neues spiel neues glück auf plaza hat sich gerade bestätigt und ich sag mal letztens ist ja gut gelaufen in der lobby und ja ok jetzt ist dieser kunde da oben der hat mich eigentlich schon gut unterstützt das wurde nämlich klub schon auch der der an orbi hatte und ich hoffe man nicht dass ein spiel mit level 2 ja zusammen und näher kann so nicht mal kampfstatistiken angucken nach level 2 ist und nicht level 5 aber ich gebe mein bestes abschluss bestätigt das wort reflex schafft und schnelles magazin habe ich dabei habe ich ströntchen dann habe ich ein package auf gut glück mit techniker und dann habe ich noch das geschütz eingepackt weil es wegen schon geil ist über power geil kommt wieder keiner oder was keine ahnung damit hat er nicht gerechnet ok habe ich ihn weggemacht komm zeig dich da hat jemand auf mich geschossen anscheinend ich glaube mir kommt jemand hinterher gefahren diese pumpen bastarde alter ich wusste genau dass ich da bin ey wer hat hier geschossen alter was ist denn das schon wieder für kloppy ey ich würde gerne mal wissen von welcher seite sie kommt das ist jetzt richtig derbe scheiße genau wissen wo ich bin natürlich jemand im team haben der die runter schießt finde ich richtig geil hier hinten müssen auf jeden fall irgendwo welche sein keine ahnung kannst du nicht sagen ja die wisst ihr noch nicht mal an das ist so krass der schießt der mal oder weiner das denkst du dir so du laufendor wenn der ja aufgeschwitten alter das kriegt er niemals auf jemand mit der ist meine snipe aus ok ich habe irgendwie das gefühl dass es rücke darum war einer wird es abgehauen natürlich jetzt meine marke noch weg gesnackt aber kacke spring doch hoch junge ok ja das hättest du dir so gedacht du laufendor nachladen und die trönchen anmach fach ruhig ruhig leute ruhig ganz ruhig verbündete vorräte unter mir hier rein ja jetzt kommen sie alle gefährlich ne hellstorm haben wir abgestaucht ich bräuchte mal noch einen guck mal ach fuck kriegt man natürlich nicht einen einzigen und das kotzt mich an dass der krater reingekommen ist ich war ein vorm geschütz scheiß wichser wenn ich schätze scheiß wie hier ist geist drinnen gehabt hätte ich einen arsch gehst du hier du wichser hör auf hier rum zu gammeln bei uns am sporn feindliche hunter killer drohne unterwegs scheiß pisser mit der pumpe feindliche AGR unterwegs AGR haben sich zusammen geschimmelt aha abschluss bestätigt sie ist aber kein einzigen hier jedes mal kommst du dann nur von hinten hier oh was ist los alter witzig verarschen ich habe ihn in den wanz gestochen krasse kacke dann heiße ich wollte ihn eigentlich hätte abgehen abschluss bestätigt ich wisse von wo ist er hinter mir Ah, hilft, ich sorg's dir. Komm schon an ein Visier und kommt ja schon um die Decke gerasht, ey. Sind die Lappen jetzt wieder? Oh, ach nee, ey, das kann nicht sein. Ständig von hinten kommen sie, ey. Dann drehst du dich rum und schon sind sie da. Kurz den an. Ich bin so schlecht, ey. Alter, leck mich am Arsch hier, Alter. Ja, da wird es sich ja jetzt auf und hoch. Spielt ihr mal mit der M8? Oh, kein Wohl. Oh, ey, du willst mich doch ruhig. Guckt euch das an. Ständig, du von hinten diese kleinen, miesen Annaltrompeten. Das ist ja unfassbar. Die mögen es von hinten, deswegen kommt die auch ständig von hinten. Scheiß Flash, ey. Ich würde gerne mal wissen, von wem ich die jetzt wieder gekriegt habe, ey. Könnte ich wetten, dass war wieder einer von uns. Alter Schwede, mit was spiele ich hier zusammen, ey. Mit was? Das sind keine Spieler, das sind alles nur, keine Ahnung. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Drohne steht bereit. Oh, fuck. Bestätigt. Vorräte in Bereitschaft. Ja, hängt der schon wieder bei uns hier im Spawn, ey. Das ist ein kleiner Lapp. Fuck. Erstmal schnell verstecken. Ich wusste es, dass es einer von uns ist. Das ist ein mieser kleiner Huchansohn, ey. Ja, ja, oh, nee, und da ist ein Tarn. Dieser miese Hüchser, ey. Ich könnte richtig katzen, ey. Ey, wenn ich weiß, wer das ist, das gucke ich mir nachher in der Kinolobby an, Alter. Dieser miese kleine Huchansohn, ey. Da kriege ich schon wieder richtig Hass. Jetzt haben sie mir meinen Tarn-Heli geklaut, weil der mich wegschießen wollte, ey. Er hat mich schön geflasht, dieser Lappen, er ist ja unfassbar, ey. Achtung, feindliche Kontradrohne ist aktiv. Achtung, feindliche Kontradrohne ist aktiv. Abschuss bestätigt. Ach, komm, kotzt es mich an, ey. Krönung wäre natürlich, wenn es nur jemand von uns mir geklaut hätte. Boah. Der Kanzler ist in Gefahr. Beeilung. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Scheiß Camper. Beeilung. Ich bin jetzt meine... Ja, war mir klar, das ist eine. Ach, komm, ey. Das ist so nubisch, ey. Das Call of Duty ist so nubisch, ey. Da müssen sie die kleinen Gören rumrennen. Die einen jedes Mal dann noch die Package klauen. Feindliche Drohne nähert sich. Vorräte in Bereitschaft. Ach, ja. Ja, das war klar, dass diese Schwuchtel mir meinen geklaut hat, ey. Kann sich doch nicht selber spielen, der Junge. Ja, ja, ach, komm, ey. Wie will man da gute Gameplays machen? Seht ihr das? Ich bin schon unterricht... Oh, ich könnte echt schon wieder richtig ausflippen, ey. Wirst du geflasht von so einem kleinen, miesen Pisser, damit ich nicht an mein eigenes Package komme. Und das Ende vom Lied, dann kommt ein Gegner und schießt uns alle weg. Und, ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Alter, da fehlen mir echt schon wieder die Worte hier. Alter, nee, ey. Naja. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Dillü! Dillü!